Wer bist du? Wer bist du? Was hast du angerichtet? Weißt du wohl, ich hätte dich töten können, du. It's not up to me. Du nahmst mich, wie ich war. Jetzt behalte ich mich, wie ich bin. Nicht jedem ist bekannt wie mir dein Wesen. Nicht jedem bist du Frau und Mutter seiner Kinder. In vielem bin ich anderen Sins als viele sonst. Eine Fremde bin ich. Die Tat. Ich tat es nicht. Du hast du was getan. Hab ich's? Es ist geschehen. Du hast du was getan. Du hast du was getan. Ich tat es nicht. Bis zum nächsten Mal.